Wir sind das Dietrich Bonhoeffer Gymnasium und wenn uns jemand gezeigt hat, wie man sich für Frieden einsetzen kann, dann ist es eben Dietrich Bonhoeffer. Und aus diesem Grund habe ich mal ein paar Worte von ihm rausgesucht. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Mein Name ist Anna, ich bin 23 Jahre alt und ich bin von Ukraine. So, today I came here to share my experience with you and to tell you a bit of story. So, now, since I'm here, I was brought here by a miracle. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us And the world will be us one Oh Untertitelung des ZDF, 2020